ja herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge obek city builder das intro kann sein dass es ein bisschen abgehackt war das tut mir leid das ist ein fehler von mir aber ihr habt ihr heute jetzt meine stimme und alles ist wieder gut also beim letzten mal haben wir ja versucht dass das das dings freizuschalten das gefängnis genau da würde ich jetzt einfach weitermachen würde sagen wir nutzen die gunst der stunde und machen einfach weitere checkpoints also hier zum beispiel hier bekommt nicht jeder einfach rein und raus hier so also hier in die arbeiterschaft arbeiterstadt so auch hier kommt keiner rein und raus es wird alles kontrolliert hier ja am besten direkt vor der brücke so zwei sie natürlich nicht wie viel wir schon haben eine brauchen wir noch und dann machen wir haben wir schon hier genau da hier so hier bei dem bösen so zack gefängnis freigeschalten und dann geboren wir das gefängnis halt was braucht es 500 nahrung egal haben wir genug 50 haben wir zehn schraubenschlüssel ist alles vernachlässigbar brauchen wir dann hierhin und da haben wir ein gefängnis und du kannst noch nicht aufsteigen weil die autorität fehlt in autorität okay also zehn autoritäten der stadt wahrscheinlich ne okay würde ich sagen warum wir noch irgendwo polizei hauptquartier hin überlegt nur gerade also meine idee war letztendlich habe ich noch gar nicht gesagt ich wollte hier das alles noch mit der stadt ausbauen das werde ich jetzt auch tun also ich wollte das so so schon mal den rahmen abstecken so warte wo ist die straße da das wollte ich alles noch ausbauen wir brauchen ja 50.000 leute dabei wollte ich das so machen wie hier würde ich hier tatsächlich gebaut 1 2 3 4 1 2 3 4 ist gut 4 ich weiß es nicht mehr so große sachen gebaut immer ne ich habe ja hier keine ahnung bibliothek und was weiß ich alles also ich glaube essen würde hier fehlen weil ich hier keinen supermarkt habe dann würde ich aber tatsächlich hingehen und würde sagen pass auf wir bauen hier einen direkten supermarkt hin äh quatsch ein einkaufszentrum hin bäms und dann bämsen wir hier direkt u-bahnstationen hin zack 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 so keine ahnung ob das was bringt weil wir brauchen ja letztendlich auch noch schulen und so weiter wo sind die schule hier die nächste ich weiß gar nicht so du brauchst kannst direkt zum fünfstöckigen aufsteigen zum zwölfstöckigen fehlen die büros ist das klar mache ich gewerbe und wohnbeschnutzung ne mache ich nicht die haben handel weil gewerbe und wohnbeschnutzung wird produziert 22 erhöhte und die und das normale produziert 40 äh quatsch jetzt bei fünfstöckigen gebäude das produziert 15 höhere arbeits mehr hohe arbeitsfähigkeit genau aber ich bräuchte ein bisschen mehr hoher dann bräuchte ich wohnen und geschäft würde 22 produzieren wir ein bisschen besser bräuchte ich aber handel und bankwesen 8 würden 8 würde 35 8 würde ich nicht erreichen glaube ich aber die hier würden 15 ach so das ist nur ungebäude genau wir produzieren halt nur 15 es ist halt und mal 50 25 15 50 27 22 also ist braucht ein bisschen mehr energie und so weiter aber ich glaube ich mache das glaube ich mache die bank dahin wo war sie denn das bank sehr gut du hast sie bei wohlstandsfahrt erreicht nein und was bringt mir das wanderfahrt auch acht stück gewohnt 30 stück ich habe schon 24 also also okay ah gut okay wenn ich 24 habe dann okay 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 dann okay dann auch ein zwölfstel ist alter schwede ähm ich glaube ich pfeife auf die ökologischen mist dinger ich brauche hier einfach wohnungen hin mal gucken ob das wirklich was bringt ja der ökologische ist mir halt eigentlich letztendlich lade ja also ich habe jetzt gegenüber den ökologischen keinen fortschritt gegenüber die anderen da gesehen so was brauchst du zum aufsteigen ausbildung genau das ist das was ich meine du brauchst ausbildung wirst du und wann mache ich hier ne mach ich nicht du wirst du gleich im gymnasium hingerotzt so kannst du nämlich auch gleich aufsteigen haus im stadtzentrum haus brauchst du anwohner und freizeit freizeit wirst du auch noch hingebärmst freizeit hier oben machen wir nur eine urbane bar ne du könntest ein nachtleben werden das wäre doof hier zack zack so das müsste theoretisch reichen ich weiß nicht ob das hier reicht doch hier sind die anwohner die ich brauche wo ist ein krankenhaus ne ja wo ist eine klinik genau irgendwas irgendwas ist hier an meinem bein moment ach das ist so ein ach kennt ihr das wenn ihr von amazon solche packungen kriegt die ihr so aufreisen müsst das ist so ein ding gewesen ich kann da noch leute hinwämsen hier ich mach es mal so dann haben wir wieder so einen riesenplatz wieder unten schule haben wir natürlich nicht da das weiß ich jetzt schon was brauchen die eigentlich ha ausbildung warum wohl hier keine universität gymnasium tack so dann könnt ihr nämlich auch aufsteigen ich hab was oh ich hab ach stimmt ich hab die 50 yeah baby ich hab die 50k nice Leute wir haben die 50k erreicht das erste was ich tue weil ich die ganze zeit schon wollen wollte ist das fußballstadion kostet kosten habe ich alle habe ich alle ja habe ich und verbraucht 500 ist egal 100 ist auch egal und strom ist auch egal nice jawoll 15 sport yeah baby so was brauchst du jetzt hier noch gesundheitswesen ok was fehlt denn dir an gesundheitswesen krankenhaus brauchst du überhaupt ein krankenhaus äh braucht 200 ich meine ich hab es aber die nick macht es auch so die beam so dann create da ab was brauchst du für ein 5stelliges da brauchst du ah shit äh brauchen doch äh das krankenhaus nicht ohne Grund so dann upgrade kannst du auch direkt aufsteigen 5stelliges wohngebirge kannst du auch direkt aufsteigen keine ahnung das sind ja die edi büros und hier hatte ich ja die gewerbe wohnbeschnutzung und da brauchst du ach du brauchst den handel so war das ah weil das hier kein ah weil das hier kein warte mal wenn du bräuchte ich hier eine bank ein 10er radius 1 2 3 ich muss das erreichen aber ist egal ähm überleg gerade ich überleg gerade kann wenn ich hier unten eine bank hinbaue und zwar hier da dürfte es das da oben oh Gott ist ja gut da dürfte es da oben ja trotzdem grungebäude bleiben genau so warum kannst du nicht aufsteigen du penner achso versorgungsdienstleistung ein reicht das nicht reicht nicht okay äh was hast du du hast bergzeuge handel ja brauche ich jetzt noch eins dahin ja ich komm was soll der geiz was kosten die überhaupt 20 habe ich alles habe ich alles Leute ist alles da zack ich muss nur U-Bahn-Station bauen zack 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 äh die höheren Fakultäten gehe ich immer noch ach ich brauche die Kathedrale ah habe ich die auch noch Glaube äh ich Glaube hm Glaube hat der Glaube der Friedhof hat auch Glaube ja warte mal ich mache erstmal hier eine Kirsche und ich mache hier unten einen Thread-Off drumherum so so reicht das jetzt ach ach ich brauche drei Hunden dort dann machen wir einen großen Frieden naja das ist eine gute Idee Moment das machen wir hier machen wir machen wir das hier hin doch das machen wir hier hin pass auf hier eine Kirche und hier ich weiß nicht wie weit muss das zu einem Straße gar nicht aber ich brauche ist ein 3er radius ok ne 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 Ist ne große Stadt. Für was? So. Aha. Interessant. Kann nicht. Okay. Ja, gut. Irgendwo müssen wir unsere Toten ja beerdigen. Und das sieht auch immer noch so leer aus. Hier, pass auf. Gebt mir eure Toten. Kennt ihr das von Leben des Prime? Gebt mir eure Toten. Lustig. Lustig wäre, wenn jetzt die Kirche noch vom Bahnhof profitieren würde. Das wäre sehr witzig. Aber egal. Ich hab hier vergessen übrigens, einen Bahnhof reinzubauen. Würde ich mal machen, ne? Ich glaube, das mache ich. Bevor ich irgendwas anderes noch baue, baue ich hier einen Bahnhof rein. Und zwar, der ist zu groß, leider. Ich glaube, den hier baue ich. Ich würde aber gerne tatsächlich die Gleise da hinlegen lassen. Wie ne? Hui. Wo ist denn hier Schienen? Da. Da. Was seid ihr alles? Fünfstellige Wohngebäude. Sehr gut. Das heißt, das Essen kannst du ja... Also Essen haben wir seit... Haben wir schon lange keine... Also durch die Bahnhöfe ist das alles obsolet geworden. So. Jetzt muss ich gerade überlegen. Das ist alles fünfstelliges Wohngebäude und du brauchst für die... Brauchst du ja Handel. Achso. Überstation. Zack. 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 So. Dann würde ich jetzt sagen, weil ich das hier nicht habe, die kriegt ja noch eine Polizei... Polizei... Was ist das? Spitzenforschungszentrum? 70.000! Ich will irgendwann das Let's Play auch mal beenden, Leute. Das kann ja... Oh. Okay, gucken wir mal. Eins nach dem anderen. Also, ich wollte einen Umsonstladen haben und den Sicherheitsminister wollte ich als nächstes eigentlich angehen. Ist denn jetzt irgendwo das... Alter, was? Wie groß dafür? Okay. Das ist natürlich doof. Da muss ich gucken. Hier, Leute. Werd mal schön hier. Büros. Was ist mit dir, Kollege? Jetzt mit den Anwohner, ey. Ja gut, die habe ich jetzt hier... Achso, ich brauche... Warte mal, was brauchte ich für Mathe? Oder habe ich die schon gebaut? Die schon gebaut, ne? Die hier. Ja. Und eine konnte schon aufsteigen. Das war, glaube ich, die hier. Da brauchte ich nur Bibliotheken. Noch fünf Stück. Die kriege ich hin. Bibliothek. So, ein bisschen was für die bildungsfernen Schichten hier tun, ne? Also... Wieso wachsen hier eigentlich die ganze Zeit die scheiß Dings wieder nach? Ja, zack. Eine Bibliothek. Zack. Eine Bibliothek. Hier drüben eigentlich schon eine? Zack. Zack. Was hast du hier für ein Problem? Depression. Ah. Nee, komm. Nö. Ich habe die höhere Physiologische Fakultät freigeschalten. Ist sie jetzt schon aufgestiegen? Nee, bereits im Upgrade. Ja, Moment. Das ist kurz in der Kult. Hier. Ach, da ist sie. Okay, dann steige ich die auch auf. Nice. So, kann die auch aufsteigen? Da brauche ich zwei. Und vier oder mehr Campus in einem Zweiradius, Alter. Kann die aufsteigen? Drei Lebensmittelforschungszentrum. Die kann ich einmal umswitchen. Botanik, dann würde ich tatsächlich Botanik, Botanik, da, hier ein Bauen. Ich brauche ja diesen scheiß Campus Park hier daneben. Auf die irgendeinen Campus Park? Nein. Äh, Campus Park, Campus Park, Campus Park. Oh, wo waren die? Dann hast du nämlich das schon mal? Vier! Ich habe mich verlesen. Vier! Okay. Dann, was ist mit dir? Du brauchst noch ein Gymnasium. Das geht mal hin. Äh. Wir können ja nicht nachher oben erweitern. So richtig schön an der Schiene lang. Schön nochmal Häuser hier hinbauen. Nee, warte mal. Es darf nicht mehr als drei von der Straße weg sein. So müsste es klar sein. So. Da kann ich noch... Nein. Ja, so, Mensch. Dann brauche ich Solaranlagen, habe ich gesehen. Genau. Dann brauche ich Solaranlagen. Weißt du, wo ich die hinbaue? Die baue ich hier hin. Brauche ich die hier hin? Doch, ich baue die hier hin. Ich baue die nämlich an den Flughafen. Brauchen die... Warte mal. Brauche Solaranlagen eigentlich... Äh. Die brauchen... Erfangen zur Straße. Okay. Ach, die verbrauchen so viel. Das ist zum Kotzen. Bei einem Wissenschaft, ne? Aber ich habe alles andere habe ich ganz gut. Aber nur die Wissenschaft nicht. So, was braucht ihr hier alles noch? Also braucht ihr Versorgungsdienstleistung. So, dann... U-Bahn. Zack, 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 zack. Ja, vor allem am... Dings... Ach, hier kann ich ja eine Straße durchbauen. So, nicht gerade. Zack. So, ihr seid Wohn- und Geschäftsgebäude, ne? Ja. Die natürlich nicht genügend Handel haben. Ja. Warum nicht? Wer ihr noch Wohngebäude seid, stellenweise. Nicht denn hier noch Anwohner packen? Oh, ich habe doch die Bank hier hingestellt. Auch ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Warte mal, dann packe ich meine Bank hier hin. Wo ist die Bank da? Ich brauche 140. Scheiße. Den... So. Theoretisch müsste das jetzt... Ja. Aufsteigen. Also mit dem hier... Gewerbung, womisch Nutzung. Jawohl. Aber mal gespannt, was daraus wird. So, ihr seid nur gewohnt Gebäude. Genau. So. Hier kann ich nochmal Leute reinpacken. Bildet euch zum Aufstieg. Achso, hier passt irgendwas nicht hin. Warum nicht? Ah, du bist keine... Keine gemischt. Na, warte mal. Cool. Ich kann... Ey, das ist ja cool. Ich habe jetzt das gesehen. Die Bank wird sich so erweitern. Nice. So. Hier. Mach mal Gewerbung, womisch Nutzung. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Jawohl. Genau. Jawohl. Immer schön. Immer schön hier den Handel hoch schreiben. Aber damit war es das auch, ne? Mehr kann ich hier nicht bauen. Und alles ist jetzt hier Fünfer geworden. Die alle fünf Handel haben. Vielleicht nicht, damit das aufsteht. Ich brauche zehn. Ich brauche eigentlich nur zwei Häuser. Also eigentlich brauche ich nur noch zwei Häuser. Glaube ich. Weiß nicht, ob die aufsteigen können. Das sind auch reine Wohnhäuser, ne? Ja, das sind reine Wohnhäuser. Ich weiß nicht, ob ich den Blumenpark wegnehmen kann. Einmal kann ich den hier wegnehmen. Hier einfach... Pack mal. Das... Ach, das ist die Klinik. Was braucht ihr eigentlich hier? Braucht auch Handel. Die brauchen alle Leute. Guck mal hier. Das hat nichts gebracht. Das hat nichts gebracht. Mehr oder sechs Anwohner. In NRL-Radio ist aktuell nur zehn. Von zu wenig Leute da. Es ist natürlich die Frage, ob die... Ach, haben sie. Oder? Da können sie auch aufsteigen. Also mittlerweile habe ich das mit den fünf Stöckigen eigentlich ganz gut hingekriegt. Aber der Handel... Boah. 86, Leute. 86. Das ist theoretisch. Wenn ich das richtig sehe, müsste ich hier... Das hier auch nochmal alles Handel. Nein. Dann wird's... Warte mal. Warte mal, warte mal. Vielleicht... Reicht das ja, wenn hier zwei Häuser hinkommen. Da müsste es theoretisch reichen. Theoretisch. Wie viele produzieren denn acht Stillgehäuser anhandel? Ach, nur fünf. Okay. Oh, komm. Dorfhaus, ja. Ja, ja. Komm, komm. Jetzt steigen die nicht auf wegen der Freizeit. Komm. Warte mal. Wir brauchen die Freizeit. Eins nur. Warte mal. Und Wohlhabendes. Und die Freizeit. Freizeit. Hier. Zack. Reicht das? Jawohl. Reicht. Später brauchen sie nämlich keine Freizeit mehr, oder? Ach, doch. Brauchen sie noch. Aber in einem 10er-Radius. Aha. Komm, 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 komm. Jetzt bei 82. Ja, komm. Schön zum Upgraden. Ja, genau. Ja, immer weiter. Immer weiter. Schön upgraden. Komm. Gut, 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 gut. Komm. Ach, hab ich stolz. Achso, ich wollte noch ein Dings bauen. Das hier macht irgendwie keinen Sinn. Okay. Aber dafür kommt jetzt da etwas hin, was euch alle sehr erfreut. Wo ist es denn da? So. Damit. Und. Was? Achso. Und. Was da? Jawohl. So. Äh. So. Achtstückig. Achtstückig. Hier hat immer noch Handel. Oh, achso. Jetzt ist er noch nicht aufgestiegen. Sehe ich gerade. Hier hat immer noch Freizeit. Mit dir. Freizeit. In einem 5er-Radius. Äh. 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 Fuck. Also den fehlt hier, wenn ich das... Oh. 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 Wir haben gewonnen, Leute. Sieg. Ich hab den Wohlstandsfahrt erfolgreich beendet. Mit einer Bevölkerung von 59.366. Also 59 Punkten. Okay. Sofriedenheit von 13,7. Eine Karten-Schwierigkeit von 67%. Zeit. Ja. Mit 357. Ja. 178 Punkten. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Hahaha. Ah. Okay. Aber ich mach mal weiterspielen. Ähm. Weil ich wollte euch noch... Ich weiß nicht, wie wir das jetzt geschafft haben. Aber du kannst deine Freizeit gerne kriegen, Kollege. Indem du hier... Äh. Noch mal einen Park kriegst. Weil dann müsste es eigentlich... Ein Fünferradius. Weil das müsste ja eigentlich ein Fünferradius sein. Eins, zwei, drei. Leute. Kollege. Was ist... Warte mal. Äh. Okay. Der Blumenpark hat's mal wieder gerissen. So. Ähm. Es hat gereicht. Tatsächlich. Da sind sie aufgestiegen. Die Wohngebäude. Warum, warum, warum... Sie können sich auch wieder zurückentwickeln, sehe ich gerade. Hier, ne. Fünf oder mehr Freizeit in einem Fünferradius. Eins, zwei, drei. Fünf oder mehr Freizeit. Äh. Könnte man hier noch... Also wie viel haben sie? Vier? Oder? Nee. Aktuell vier. Könnte man denn hier das machen, was ich immer gemacht habe? Park an der Seite. Was? Wo ist die therapeutische Gemeinschaft da? Wieso ist die aufgegeben, was? Also ganz ehrlich, sie sollte ja auch keine therapeutische Gemeinschaft werden. Sollte ja eigentlich nur eine psychiatrische Gesundheit. Doch. Doch. Und dafür... Achso, die grünen Anlagen. Okay. Oh mein Gott. Ein oder mehr Autoritäten in einem Siemerradius und einem Sicherheitsmonster. Sicherheitsmonster. Ich möchte... Achso. Ja. Ich möchte einmal Autorität haben. Autorität kriege ich durch... Hier. Zack. Zack. Hast du das zumindest schon mal? Jawohl. Und dein Sicherheitsminister. Aber wir haben gewonnen, Leute. So. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt hier wieder zurück... Nee. Entwickeln sich nicht zurück. Nice. Ich meine auch, die Stadt ist schön. Also ich meine, wir haben es immer nur ein Tutorial gewesen bis jetzt. Also wir haben nichts richtig... Also es ist alles nur Learning by Doing. Die Stadt hier ist ja auch für den Arsch eigentlich. Theoretisch könnte man sie komplett abreißen. Aber ich werde das Let's Play jetzt noch so weit führen, um noch die Sachen, die hier noch freischaltbar sind, freizuschalten. Kann ich schon eine Kathedrale bauen? Nee. Also das zum Beispiel. Oder den Sicherheitsminister hier. Oder den Umsonstladen. Den Wolkenkratzer. Bin ich mir nicht sicher, ob wir den schaffen. Aber eigentlich müsste man ihn auch schaffen. Und dann schauen wir mal. Also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch vielen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, hier an dem Video das Video schaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Oh, guck mal, Bär. Tschüss. Tschüss.